Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Foodlife-Hall geben. Ja, ich wohne zwar wieder in Cuxhaven, das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich nicht mehr einkaufen gehen werde. Und ich stehe jetzt gerade hier vor Edeka, denn Kaufland wird erst wieder eine Ehre für mich sein, wenn Pascal hier wohnt. Dann können wir da gemeinsam hinfahren, aber ansonsten werde ich jetzt zwischen all den Läden, die wir hier noch haben, pendeln, zwischen Nidl, Aldi und Edeka. Und wie gesagt, ich stehe hier gerade beim Edeka, ich habe mich gerade umgemeldet und wir gehen da rein und schauen, ob es da ein paar Sachen für mich gibt. Ich hoffe doch. Ja, ich werde auf jeden Fall danach noch zum Markkauf fahren. Ich weiß nicht, ob ihr Markkauf kennt, aber das ist sowas ähnliches wie Edeka. Ich glaube, die gehören sogar zusammen. Und da muss ich mir noch ein paar andere Sachen holen, unter anderem Schreibwarenartikel. Gibt es da zwar auch, aber nicht das, was ich haben möchte. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Edeka an und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe jetzt bei Edeka die hier entdeckt im Sonderpreis für 3,99 Euro. Da nehme ich einmal eine Packung mit. Heute ist ja irgendwie ganz schön viel im Sonderpreis. Ich nehme jetzt auch nochmal hier die Tumitchen mit. 3,49 Euro kosten die. Meine Mama hat die letztens schon gekauft gehabt und fand die wirklich sehr lecker. Und was haben wir hier? Äpfel. 88 Cent. Ich glaube, bei Edeka gehe ich neuerdings jetzt gerne einkaufen. Kaufland ist ja jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, und die Äpfel nehme ich mit. Und dann brauche ich noch zwei Gurken. Dann nehme ich eine hiervon mit. Kostenpunkt, ich glaube, bei 1,11 Euro, falls ihr das sehen könnt. Genau, da hinten. Dann habe ich irgendwie mega Lust auf Bananen und Weintrauben. Und ich nehme mir jetzt hier so vier Bananen von denen mit. Ich glaube, der Kilopreis ist bei 1,59 Euro. Und dann habe ich hier... Oh, sind die riesig. Dann nehme ich auch eine Packung mit. Preis. Tafeltrauben 4,99 Euro. Das Kilokäse war eine teuer, aber egal. Die sehen voll lecker aus. Wisst ihr, was ich vermisst habe? Und zwar diese selbstgemachten Salate. Die sind so lecker. Die gab es bei uns im Edeka nicht. Probiert die einfach mal. Ich finde die super lecker. Allgemein finde ich den Edeka hier voll schön. Ah, Innocent nehme ich mal mit. Meine liebste Sorte. Hier Ananas, Banane und Kokosnuss. Das passt mir hier jetzt super in den Krempel, Leute. Aber wirklich sehr. Denn Köln ist im Angebot. Und ich wollte diese Knusperdinger hier mitnehmen. Ja, dieses Müsli-Zeug. Vitalis ist auch lecker hier. Gibt es so jetzt von Paula welches. Aber Köln ist auch lecker. Deswegen habe ich mich jetzt für die hier entschieden. Und zwar Schoko und Keks. Hafermüsli. Einmal das hier. Das hier ist gerade im Angebot für 1,99 Euro. Und ich habe gesehen, hier gibt es Regeln. Da unten haben wir sogar noch Nudeln. Die Packung 1,99 Euro. Also bei uns gibt es tatsächlich noch Nudeln und Mehl glaube ich jetzt nicht. Maismehl nur noch. Ja gut, Maismehl wäre jetzt auch noch eine Option. Maismehl, Dinkelmehl, Buchweizenmehl. Ja, auf jeden Fall gibt es hier noch ein bisschen was. Nudeln sind noch nicht leer. Brot bei Mama darf auch nicht fehlen. Und es sieht hier eigentlich noch relativ voll aus, muss ich sagen. Jetzt weiß ich nur nicht welches. Roggen-Mischbrot, Weizen-Mischbrot. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Mama nimmt Weizen. Oder? Nehmen sie das hier. Ja, das ist ein bisschen härter. Das ist ein bisschen weicher. Vital und fit. Meerkornbrot. Ach Leute, ich nehme jetzt einfach Weizen hier mit. Genau. 79 Cent. Naja, mit Mehl sieht es hier ein kleines bisschen bitter aus. Also hier steht auch drauf. Artikel zurzeit nicht lieferbar. Wir bitten um Verständnis. Das wird dann erstmal nichts mit backen, ne? Gut, es gibt ja noch anderes Mehl. Also da hinten war, wie gesagt, noch Dinkelmehl und sowas. Das kann man zur Not auch noch nehmen. Oder Maismehl. An Nudeln mangelt es hier auf jeden Fall auch noch nicht. Also ich sehe manchmal Regale auf TikTok. Da gibt es gar keine Nudeln mehr. Aber nö. Hier gibt es auf jeden Fall noch genug. Hier sind sogar Nudeln noch im Angebot. Ich sollte jetzt für Mama Grünkohl mitnehmen und passierte Tomaten oder ne, dieses Tomatensaucen-Zeug, keine Ahnung, für Bollo. Hier, das hier 99 Cent. Dann nehme ich auf jeden Fall so eine mit. Oder wollte sie mit Stückchen haben? Ich nehme beides mit. Keine Ahnung. Ich habe nicht nachgefragt. Weil das ist dumm von mir. Egal, ich nehme dann beides mit. Und Grünkohl, Grünkohl, Grünkohl. Grünkohl haben wir hier unten. Das sehe ich jetzt auch noch kühne. Toll und wo ist der Unterschied zwischen dem und dem? Irgendwie sieht das besser aus. Ich nehme das mit. Kostet 2,49 Euro für 780 Gramm. Also fast für ein Kilo. Ja, okay, geht noch, ne? Nehme mit. Dann brauche ich nochmal Ananasstückchen für Pizza. Dann nehme ich auch die günstigen von Edeka, aber das wird zu viel sein. Hier, kleine Döschen. In Ananas sagt 1,69 Euro. Wow. Kann sich direkt die große nehmen, aber das sind zu viel, schmeiß mir dann weg. Und dann brauche ich nochmal Mais im Dreier. Hier haben wir den, gut und günstig. 1,49 Euro. Mag ich ja sehr gerne, meine Mama auch. Deswegen nehmen wir das auch mal mit. Und als nächstes steht etwas auf meiner Liste, was ich mir so selber noch nie geholt habe. Beziehungsweise nicht bewusst geholt habe. Und zwar brauche ich hier Frühstücksfleiß. Das hier. Das hier und Nudeln. Super, super lecker. Kostet 2,139 Euro. Okay, ich weiß schon wieder nicht, wo mein Wagen ist. Ich glaube, das liegt da um die Ecke. Ich habe so... Ja, sorry. Ich bin halt doof, ne? Ich verliere überall meinen Wagen. So, das muss ich mitnehmen. Und dann Leberwurst. Ja, welche soll ich ihm da jetzt auch mitnehmen? Jagdwurst, Leberwurst. Auf jeden Fall sowas hier irgendwie. Ach, ich nehme das hier mit. 1,99 Euro, Leberwurst. Sollte reichen. Er hat auf jeden Fall gesagt, im Glas, Mann. Kind geht für ihre Eltern einkaufen. Moin. Gut, nehmen wir mit. Ich brauche Reis jetzt ganz, ganz dringend. Meine Eltern haben einfach gar nichts mehr. Mein Papa muss eine mitnehmen zur Arbeit. Und wir brauchen eine für zu Hause. Ich weiß nicht, welche meine Eltern nehmen. Ankel Benz, was ich immer nehme, gibt es hier nicht. Einzelt weiß ich das. Also, naja, dieses Lose kauft meine Mama nicht. Ich weiß, dass sie das in meinen Tüten kauft. Und da gibt es ja mega viel. Ich nehme jetzt einfach das von gut und günstig mit Langkornreis. Das sollte auf jeden Fall reichen. 69 Cent die Packung. Ja. Wird hier langsam auch Mangelware, ne? Aber was muss, das muss. Ich wollte mir jetzt gerne nochmal Joghurt mitnehmen. Und zwar nehme ich hier Monte mit. Auch das hat früher 1,90 Euro gekostet. Und zwar das in diesem XXL Becher hier. Mega Becher. Super lecker. Ich kann euch das wirklich nur krass empfehlen. Das schmeckt besser als das hier. Also krass. Und dann nehme ich nochmal hier so ein Kirschjoghurt mit für 35 Cent. Dann nehme ich nochmal Reibekäse mit für 1,59 Euro. Das normale. Und dann brauche ich Leitkäse. Ja, finde jetzt mal hier Leitkäse. Minus L habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ach, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock jetzt zu suchen. Ich nehme jetzt einfach den hier mit. Emmentaler. Ja. Oder haben die hier einen Mix? Ach, ich nehme jetzt einfach den hier mit. Ich habe keinen Bock, lange zu suchen. 1,99 Euro, Leute. So, den Anfang habe ich hier schon mal bekommen. Das reicht aber noch lange nicht. Wir fahren jetzt gemeinsam zum Mark auf. Ich werde aber kurz einen Zwischenstopp zu Hause machen. Und erst mal das, was ich hier habe, hier abliefern. Denn, Leute, ich war gerade eben nochmal ganz schnell bei Lidl. Das habe ich aber nicht abgefilmt, weil es da einfach früher morgen so voll war. Und zwar habe ich eine Dreierbox gekauft. Also das sind solche drei Plastikboxen. Perfekt für Klamotten oder einen Dachboden oder den Keller. Und die kosten nur 9,99 Euro für drei Boxen, Leute. Also eine große, eine mittlere und eine kleine. Richtig, richtig, richtig cool. Also, wenn es die bei euch noch gibt, geht auf jeden Fall hin. Ich versuche, das Video auf jeden Fall noch diese Woche hochzuladen. Wäre auf jeden Fall echt cool, wenn ich das hinkriege. Aber jetzt würde ich mal sagen, erst mal nach Hause und dann fahren wir zu Mark auf. Na gut, für euch gibt es keinen Stopp. Let's go, weiter. Ich bin jetzt bei Mark auf, Leute. Schaut euch die mal an. Wie süß sind die bitte? Na, wie süß. Die gucken so niedlich. Ganz viel Osterkrams. Ah, wir haben hier sogar Deko. Voll süß. Willkommen. Die habe ich auch irgendwo gesehen. Ich glaube, bei Teddy oder so ähnlich. Wo ein Häschen. Wenn ihr einen Mark auf habt, dann geht da unbedingt mal rein. Ich habe Mark auf tatsächlich bis jetzt nur hier gesehen. Hier haben wir ganz viele Häschen. Die Häschenfamilie. Hier haben wir noch mehr. Das finde ich voll süß. Oh, diese Riesenherzchen. Ich bin gespannt. Die gibt es auch bei Kik 8,99. Okay, krass. Wie teuer. Das ist wirklich teuer. Alter, wie viel gibt es hier? Alles voll, Leute. Nach zehn Jahren habe ich in dieser riesengroßen Abteilung hier, also da. Und da hinten geht es wirklich noch weiter. Mal endlich die Kohlrabi gefunden. Weil heute gibt es bei uns Kohlrabi. Lasagne. Da nehme ich auf jeden Fall zwei Stück mit. Das sollte reichen. Aber nicht die großen. Die kleineren, weil die kann man dann besser schneiden. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen Kaffee mit. Kaffee. Kaffee irgendwas. Was haben wir hier? Latte Maciampon. Ich kann das überhaupt nicht aussprechen, also frag mich gar nicht. So, ich nehme das jetzt mit Latte Cappuccino. Ich konnte gerade nicht abfilmen, weil da eine Frau vorbei wollte. Und was haben wir hier? Aber ich habe irgendwie noch Bock auf irgendwas anderes. Ich nehme das hier nochmal mit. Der große Bauer. 39 Cent. Sehr gut. Finde ich jetzt auf gar keinen Fall teuer. Was ich mega cool finde, was mir letztendlich aufgefallen ist hier, als ich das letzte Mal hier war, gibt es hier so einen Aufsteller von Wet n' Wild. Oder Wet n' Wild. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wet n' Wild. Auf jeden Fall haben die hier das Sortiment von. Und ich finde das einfach mega cool. Ich war schon überlegen, das irgendwo anders zu bestellen. Aber, wenn jemand möchte, dass ich mal so ein Full-Face-Make-up mache mit den Produkten von Wet n' Wild. Oder wie auch immer man das ausspricht. Dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Schaut mal, die Lippenstifte sehen so süß aus. Schreibwarenabteilung jetzt gerade sehr wichtig für mich, denn ich brauche neue Nachfülldinger für meinen Kugelschreiber. Ja, moin. Haben die jetzt keine hier? Oder wie sieht es hier aus? Ah, doch, da unten. Ich brauche für den hier, nämlich neun. Statt mir neun zu kaufen. Ja, könnte man sich eigentlich direkt... Nein, gar nicht. Warte, hier sind zwei Stück drin. Ich wollte gerade sagen, könnte man sich direkt neun kaufen. Okay, ich brauche einmal blau. 225M. Was soll ich denn da jetzt nehmen? Ach, scheiß drauf, vielleicht nehme ich jetzt einfach das hier mit. Solange das blau ist, ja. 1,69. Die anderen kosten 2,29. Hier ist sogar einer für 1,19 Euro. Ach, egal. Ich nehme den hier jetzt. So, Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich hoffe, euch hat dieser Foodlife voll gefallen. Ja, Leute, zwischen Edeka und Markhof ist ein Tag vergangen. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, deswegen bin ich heute gefahren. Aber zur Freude haben wir besseres Wetter. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich mega über ein Deutchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr auch in Zukunft keines meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch nun dieser Draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben.